Wasch, yo Leute, was geht ihr? Willkommen zum dümmsten Fortnite-Video aller Zeiten, Leute. Ich weiß nicht genau, was ich mir dabei gedacht habe. Tobi und ich werden heute gemeinsam eine Only-Pick-Ax-Challenge machen. Im Wild-West-Vodus, meine Freunde. Und... Vodus oder Modus, meine Damen und Herren? Vodus-Plio. Warte, zoom mal kurz auf das Chicken-Gesicht. Gucka! Ich wäre so gern dieses Hühnchen, Junge. Diese Augen davon, Alter. Junge. Yes, guck mal. Wie gesagt, wir werden heute im Only-Wild-West-Modus ein bisschen mit Pick-Ax kämpfen. Bin mal gespannt, ob eine Only-Pick-Ax-Challenge überhaupt funktionieren wird. Keine Ahnung. Tobi, ich glaube, wenn wir über zwei Kills haben, dann ist das schon echt stark. Ich glaube, Tobi, das Wichtigste ist, dass wir einfach in Tilted landen. Und wirklich zusammen auf Leute draufboxten. Dann geht das, glaube ich, klar. Also wir können ja jetzt schon mal hier üben. Warte. Ja, man macht damit Schaden. Oh, warte. Hier, hier, No-Skin, der ist AFK. Hier, 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 hier. Alter, die haben wir. Oh, nice, okay. Digga, wir landen wirklich direkt im Tilted im Main-Tower, oder? Und dann boxen wir die mit den Dingern. Irgendwo da, wo ganz viele landen. Ja, wir müssen wirklich direkt draufgehen und dann halt abhauen und dann bis zum Ende der Zone kämpfen. Alter, wir dürfen Schildies dürfen wir in... Ach, es gibt ja gar keine, ne? Schildies gibt es nur in diesen komischen Dingern. Vielleicht haben wir Glück, denn am Ende ist irgendein No-Skin da, den wir mit der Pick-Ax töten können, Digga. Wirklich, das wäre so Killer, Alter. Wie gering ist die Chance? Tobi... Dürfen wir Fallen und sowas hier? Ach, gibt ja auch nicht. Fallen gibt es auch nicht, Digga. Wir können wirklich nur die Pick-Ax benutzen, Junge. Aber das Ding ist, mit den Western-Waffen, so mit dem Revolver, da schießt du oft daneben, so. Deswegen hat man schon eine Chance. Richtig, aber die haben, wenn halt jemand eine Shotgun hat, ich weiß es ja nicht. Dann, warte, wir können doch denen die Waffen wegnehmen, wenn jetzt hier einer zum Beispiel bei uns landet. Ja, aber die sind nicht benutzen. Ja, aber wegnehmen. Lasst ganz oben landen, lasst ganz oben landen, okay? Ich glaube, ich schaff's nicht ganz hoch. Achtung, die kommen durch dieses Fenster. Ne, ich bin eins drunter. Okay, ich nehme mal... Nein, ich habe eine blaue Shotgun, Digga. Hier auch wieder? Ich habe eh nur Jagdgewehre, Digga, also. Okay, warte. Ich habe eine blaue Shotgun, Alter, und die darf ich jetzt nicht benutzen. Wir schießen Leute. Ja, das ist unfair, dass die nicht mitmachen, ne? Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Menge Mats, Digga, das ist auf jeden Fall wichtig. Komm, wir gehen jetzt mal zu dem Brickhaus, und dann können wir easy peasy, die... Beim Basketballplatz, beim Basketball... Der Revolver. Ich sehe, ich sehe, ich sehe. Oh, und in diesen Brickhaus vor uns. Vor uns, warte. Jetzt kommt... Oh, hier unten ist er. Oh, hier unten ist einer drin, komm. Mach auf, mach auf. Zuge. Komm mit, komm mit, der ist hier oben. Komm, wir da hoch. Ja. 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 Ja, okay, nice. Erster Kill, sehr gut. Alter. Hier war aber noch einer, hier war noch einer. Warte, oh, hier unter uns, ne? Hier unter uns. Komm, wir springen einfach direkt rein, wir springen einfach direkt rein. Komm, let's go. Zuge. Nein. Nein, 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 nein. Tobi, der hat auch keine Waffe, der hat keine Waffe, komm. Ich bin bei dir. Lau, wir sind hinterher. Ich bin bei dir gleich, warte. Der hat keine Waffe, der hat keine Waffe. Ich kürze ab. Der will sich selber umbringen. Vorsicht mit dem Dynamit. Ah, ich habe ihn einmal gehittet. Der will sich selber umnieten. Nein. Ja, ich habe ihn zugebaut. Ja, so top, nice, okay. Okay, Killer. Okay, gib mal, gib mal, gib mal. Warte, nimm du mal die Verbände, nimm du mal die Verbände. Ich habe, ich habe Mad Kids. Oh, ja. Okay, zwei Kills schon mal. Oh mein Gott, okay, okay, okay. Oh, guck mal. Das war schon echt krass. Ich habe ihm auch mal, ich glaube, 20 Schaden habe ich ihm auch gemacht. Oh, das ist scheißegal, was du gemacht hast. Keine Spaß. Das Geile ist auch, wir können ja auch immer wegfliegen. Wir können ja auch immer wieder wegfliegen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber dazu brauchen wir Mats ganz viel. Und die paniken eh die meisten, das könnte man wirklich schaffen eigentlich. Ja, und bis der eine mit der Shotgun down hat und so, das ist nicht schlecht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Boah, Digga, zwei Kills, so viel habe ich nicht mehr, wenn ich eine Waffe habe, Alter. Ähm. Digga, stell mir vor, du spielst ganz normal Fortnite, den neuen New World West Modus und du wirst von so einem Hühnchen gejagt. Mit so einer Pickaxe. Übrigens, falls ihr noch nicht gesehen habt. Ja, ich habe einen neuen Merch draußen, Leute. Genau. www.revinstore.de Leute, der ist mit einer unterschriebenen Autogrammkarte von mir, handschriftlich unterschrieben. Und Leute. Und auch noch Black. Und es gibt dazu einen Bleistift. Na, ihr mögt doch Stifte. Einen schwarzen Bleistift. Der ist schön. Pff, schön und schwarz. Ey, warte, wenn wir es unsichtbar machen, ist es noch besser, glaube ich. Wenn wir es unsichtbar machen und dann Gegner heransneaken, die irgendwo sind. Ah, Unsichtbarkeitsglitsch und auf der Spawninsel, meinst du? Ähm, nee, also... Dann kommen wir kurz zum Shift-Mini-Spiel bei den Herausforderungen. Tobi, Tobi, ganz ruhig. Ich meine, hier vorne die Geistersteine rein. Ja, ja, ja. Und dann, weißt du, und dann halt gucken, dass man... Aber bist du sicher? Das ist schon laut und dann sehen die den schon eher. Ja, ich meine, wenn die im Battle sind, Digga, wir können uns damit ja hochporten und so, weißt du? Okay, nimm den Stein und dann geh hier drauf, Digga. Einmal auf den Bouncer. Auf den Bouncer. Alter, ich bin Geist. Ich habe so einen Stein genommen. Heute wird gebaut, hier ist heute, wird gebaut. Nein. Der ganz oben, der steht, der ganz oben. Ah, ja, ja, ja. Okay, wir sind hier, wir sind jetzt einfach ran. Oh, Bude. Sollen wir laufen? Nein, 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 noch nicht. Komm, jetzt laufen. Eins, zwei, drei. Okay. Nein. Hinterher, hinterher, hinterher. Der hat noch 20 AP. Er hat noch 20 AP. Der ist so gut wie tot. Ja! Ja! Eins ab! Okay, da ist ein Gegner, da ist ein Gegner. Okay, schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier. Schnell weg hier. Der Typ, Alter. Der Typ. Hier vorne, hier vorne, hier vorne sind neue Steine. Komm, wir holen uns neue Steine, wir holen uns neue Steine. Also so kurz hin und richtig sneaky, wie so Linien. Oh mein Gott, ich werde so angehittet, ich werde so angehittet. Muss ganz dringend los, Bruder. Stiege. Lass gucken, dass der nicht kommt, lass gucken, dass der nicht kommt. Da vorne ist noch, welche Richtung? S.O. S.O. Ey, dieser, dieser arme Typ. Stiege, weißt du, aber wie so ein Spezialein. Weißt du, so sneaky und gar keinen Mucks gemacht. Der muss sich so denken, ich glaube, wenn wir jetzt noch, wenn wir jetzt wirklich bis zum Ende, pass mal auf, lass mal hier bis zum Ende dieser Hütte campen, Tobi. Bleiben wir jetzt bis zum Ende dieser Hütte drin und bleiben still stehen. Nee, komm, komm hier hoch auf den Dachboden, Digga, hier sieht dich niemand. Mach von der Seite, ah, guck mal. Okay, jetzt unsichtbar machen, also entunsichtbar risieren. Ach so. Okay. Tobi. Digga, dieser, dieser arme Typ, einmal, der hat nichts gerechnet, Junge. Drei Kills schon, Junge, also was heißt schon, aber ich meine, ey, Pick-Ecks only. Warte, gibt's hier nicht noch andere Häuser? Hier ist noch, hier ist eins. Boah, das ist aber risky hier. Okay, wir werden erstmal aus- und ausschalten. Der steppt wirklich jemand von uns. Spiel. Ist ein Nosekin, glaube ich. Ist gecaged, ist gecaged. Nein, er ist bei mir, nein, ich bin fast tot. Ich habe ihn zweimal hitet. Nein, er hat zwei Hits. Schaust du. Einen noch, einen Hit noch. Nein, er finischt mich. Nein. 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 Digga, die Mitgestalt. S-Brain 02. Scheiße, auch noch von so einem Wichser, Junge. Ich gehe jetzt auf, tschüss. Oh Mann, Junge. Nein. Hallo. Ey, das tut mir leid, dass ich nicht getroffen habe. Ich bin so schlecht, sorry. Hast du dich getroffen? Doch, die letzten Hits habe ich nicht gesetzt, Alter. Wie kann man dich treffen? Der ist nach hinten gesprungen, Mann. Du hättest ihn einbauen können. Boah, jetzt. Es ist, Mann, die erste Runde. Ah, guten Morgen, Tilted Towers. Tobi, ganz kurz, lass uns einfach jetzt hier. Guten Morgen. Tobi. Ich glaube, man muss sauviel springen, wenn man die Leute schlägt. Das ist sau wichtig. Ähm, ja. Tobi, bei mir ist auch einer oben. Wo oben? Ganz oben? Hab einen down, hab einen down. Lol, ich bin oben. Ach, nee, ich bin anders oben. Ich bin hier. Ich habe einen umgebracht, direkt. Der stand aber auch still. Der hat so ein Emote gemacht. Und der hat nicht genau mitgerechnet, dass ich ihn tot sprügele. Hier ist einer irgendwo. Oh nein. Komm hoch. Ich bin oben. Komm her. Digga, der jagt das Haus in die Luft. Der ist hier unter uns. Der ist hier unter uns. Komm, wollen wir ihn drauf? Nein. Oh Gott, das ist ein Tryhard. Echt jetzt? Ich habe dem bei mir einen Hit gegeben, den Taxi-Ding. Ich habe ihn. Ich habe ihn getrapped. Ich habe ihn getrapped. Ich habe ihn getrapped. Ich habe ihn noch einen Hit gegeben. Er ist so low. Er ist so low. Wo ist der? Nein, da ist ein Kollege. Nein, ich bin knocked. Och Mann, Alter. Jetzt läuft der weg. Mein Gott, das ist ein Schiss, Alter. Ja, ja, ich habe seinen Hit. Ich habe seinen Hit. Ja. Oh nein, da kommen noch zwei. Zwei Nose-Kids mit Dynamin. Hilfe, lauf, lauf, mein Lieb. Lauf, mein Lieb. Soll ich wegfliegen? Ja, fliegt. Ah. Nein. Mann, der andere war so low. Damn. Wie sieht es aus, da? Da kommen so zwei Nose-Kids mit Dynamin. Der andere hatte noch 30. Oh, der andere hatte noch 10 AP oder sowas. Der eine, den wir da zusammen geboxt haben. Aber ganz ehrlich, die paniken richtig. Wenn du die einbaust, Tobi. Ich habe die komplett eingebaut. Der eine Typ hat nichts gerafft. Der war überhaupt nicht fit damit. Okay. Okay, Leute. Last try. Oh, damn, Alter. Mann. Aha, Mann. Aber Tilted ist, glaube ich, der beste Call dafür, tatsächlich. Wir fliegen jetzt einfach hinterher, okay? Ja. Weil wir haben ja auch keine Waffe. Ah, Tobi. Tobi. Komm, jetzt hier jede Säule abbauen. Jede Säule abbauen und richtig viele Mats fahren. Jede Säule meines Körpers ist... Du gönnst dir natürlich erstmal die Paletten alle, ne? Die Tabletten. Ich gönne mir die Tabletten. Isst mir ruhig alle Tabletten weg. Ist denn das, was würde ich dir auch brauchen. Komm, wir gehen nochmal daneben an in das Haus, in das neue. Wir möchten Verbände ein bisschen. Hier sind wir jetzt komplett auf dem Field. Das ist halt wieder dumm hier, ne? Hier ist ein Shotgun. Ah, nice. Da links, ich habe ihn gesehen. Der geht zum Parkhaus. Der ist im Parkhaus. Der ist im Parkhaus. Sollen wir rüber zum Parkhaus? Da können wir trappen, komm. Warte. Komm, die betteln sich in dem Haus hier vor uns. Oh Gott. Bin nervös. Nice. Lol. Ne, warte, war das jetzt der Einzige hier? Ich glaube schon, oder? Das war easy. Einfach ein Hit gegeben. In Kämpfe einmischen, auch gute Taktik eigentlich. Guck mal, wir spoten jetzt mal von hier oben vielleicht. Wir sind Adler. Wir suchen unsere Beute von oben. Ich bin ein verf***tes Huhn, Alter. Was willst du von mir? Ja, da bin ich der Adler. Du bist das Hühnchen. Warte mal, wo ist denn die Bo... Ah, die Boote ist ja gar nicht bei oben. Ja, warte, da müssen wir los, komm. Da müssen wir los. Das ist ein Loot Drop. Shitrank. Da gehen wir hin. Mach auf das Ding. Filtrank. Lager voll, ne. Okay, lass nach Flush Factory gehen. Flush Factory. Nein. Oh, wir waren angeschlossen. Mann, du bist so dumm. Hier unten ist ein Airdrop bei Flush Factory. Wollen wir in Flush Factory gehen, oder wollen wir einfach hier oben bleiben? Weil von hier oben könnte man einfach so zu Gegnern fliegen. Weißt du, was ich meine? Da kommen Typen jetzt gleich zu uns hoch, Tobi. Was? Lass in Flush Factory reingehen. Ja, warte, hier unten ist ein Airdrop. Ja, ist egal. Komm, 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 das weiß der, wo wir sind. Jetzt weiß der, wo wir sind. Ich hole den Airdrop. Nein, Digga. Geiermann, ich komm. Was für Geiermann? Ich weiß doch. Der sieht mich niemals. Der kommt ja nicht auf den Berg hoch, oder? Doch, genau das habe ich gerade gesagt. Ich hole Schildis für uns. Okay, da waren keine Schildis. Jetzt muss ich laufen. Nein, der schießt mich an. Echt jetzt? Nein. Ich weiß, dass du schon wieder mad auf mich geworden wärst. Ja. Komm. Sneaken. Komm, wir gehen Gas hoch. Komm, komm, hier. Ah, hier ist natürlich gut, weil hier alles offen ist. Ist die über uns? Jetzt hier über uns. Der kommt jetzt hier runter, der kommt jetzt hier runter. und dann direkt drauf boxen. Nein. Was? Ja, Meg. Lauf. Lauf einfach. Tobi, wieso bist du denn nicht hier? Hä, was? Ich habe doch... Digga, du kannst es nicht machen. Hä, als ob die wissen, dass wir hier sind, Digga. Digga, das war so unlegit. Das war echt unlegit, Digga. Bleib genau da. Bleib genau da. Die sind genau... Wenn die hier herkommen, Digga, die... Ja, als ob, Digga. Hä, ja, komm, Digga. Digga, die haben doch an. Ich schwöre, die haben an. Nice, Digga. Nice. Die haben genau gewusst, wo ich bin. Wallhacker, nice, Digga. Okay, alles klar. Wallhacking. Leute, Wallhack auf jeden Fall confirmed. Das war so unlegit. Die sind komplett auf uns drüber geflogen, haben direkt über uns drüber gebaut und dann auch noch Tobi dahinter. Also, tut mir leid. Leute, das war's für diese wunderschönen Video. Only Pick and Challenge. Schade, dass es nicht geklappt hat. Wir waren echt kurz davor. Es kann nicht immer gut laufen. Schaut bei Tobi vorbei. Vielen Dank für das Video. Und in der Beschreibung findet ihr Tobis und meine Videos alle in einer Playlist. Macht's gut, hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Kauft mein Merch. Kommt in meinen Discord. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao, schuh. Tschüss. Musik